22 Uhr 15 Paragraf beruflich Täterkreise Sozialbereiche, Paragraf beruflich Täterkreise Arbeitsamt, auch Kurse, die vergewaltigen und foltern Neugeburten und Babys und sitzen in Chefetagen auch politisch und polizeilich. Der tonnenschwere 35 macht das Drogendesonat Konrad Pfaffkirchler, macht die Jugend, Kinder und Säuglinge unter koordinative Bereiche Österreich, wo Kinder, Jugendliche und Säuglinge versorgt werden. Für das kriegt das Staatsgeld Österreich. Grüß Gott. Den suchen wir jahrzehntelang schon. Jahrzehntelang wird der Type schon gesucht und versteckt sich jetzt hier im 8. Bezirk am Alsergrund. Scheintod Gerhard Mareda. Bruders Karli Hein Riechend. Fortin Ditz Mareda Bur Bur Bortz. 88,89. Leuer Hansi Hermani. 93,94. Bonetti Moretti von Fortin. Fremdenpolizei. Aber unsere Kinder. So was macht Fremdenpolizei und Taten. Aber unsere Kinder. Unsere Babys. Halt. Wenn Sie das inrufeiert. Dann. Wir Louise Dir. Wir risknehmen.